Wisst ihr, was mir wirklich Spaß macht, wenn ich eine Malware finde, die interessant ist und gleichzeitig noch Open Source, sodass ich sie mir auch angucken kann. Und deswegen herzlich willkommen zum Discord Command & Control, der in Go geschrieben ist und für jeden zugänglich ist. Ja, zunächst einmal, was ist ein C2 Command & Control? Wie funktioniert sowas eigentlich und warum würde ich dafür Discord benutzen? Das ist eine interessante Frage, die du da stellst und die würde ich dir natürlich beantworten, nicht wahr? Zunächst einmal, wenn wir ein System haben, das einen Angreifer infizieren soll, dann sieht das meistens ungefähr so aus. Wir sind dabei, dieses System mit Malware zu infizieren, die wir zum Beispiel über eine E-Mail verbreiten, also einfach ganz gewöhnliches Social Engineering. Über 80% oder gar 90% aller Angriffe starten genau damit und das ist eigentlich auch gar nicht mehr so was Besonderes. Besonders ist allerdings, was danach passiert. Denn wenn das System infiziert ist, das klappt meistens ganz gut, dann muss man ja immer noch irgendwas mit diesem Trojaner, mit diesem Virus, mit diesem Wurm, whatever ihr dann benutzt. Irgendwie müssen wir das Ding ansprechen können. Irgendwas müssen wir mit diesem Ding anfangen. Sonst ist diese ganze Infizierung sehr, sehr witzlos gewesen. Und hier kommt ganz gerne mal ein C2-Server zum Einsatz, also ein Command-and-Control-Server, denn normalerweise blockiert das System bösartige Befehle. Wenn ich zum Beispiel eine Malware auf mein System oder auf ein Zielsystem bekomme und dann als Angreifer sage, hey, mach da mal einen Screenshot, dann merkt das System, ein Befehl von außen kommt rein und plötzlich machen wir einen Screenshot vom System. Das wirkt irgendwie seltsam und dann wird analysiert, von wem kommt denn eigentlich dieser Befehl. Ja, und dann haben wir sowas wie meine IP-Adresse oder die von irgendeinem Server, von dem derjenige noch nie gehört hat. Das ist ein bisschen komisch. Das ist, als würde plötzlich Google euch befehlen, einen Screenshot zu machen. Google hat sowas noch nie gemacht. Und noch viel schlimmer, wenn das irgendwo eine IP-Adresse aus sonst wo ist, mit der ihr noch nie vorher Kontakt hattet. Und deswegen wird meistens irgendein vertrauenswürdiger Partner hingeschleust. In unserem Fall ist das Discord. Discord ist eigentlich einigermaßen bekannt, würde ich behaupten. Es ist eine weit verbreitete Software und genau deswegen eignet es sich sehr, sehr gut als Command-and-Control-Server. Denn wenn ein Befehl für einen Screenshot von Discord.com kommt, oder Discord-CDN, wenn man es genau nimmt, Discord hat seine eigenen Content-Delivery-Services, wenn von dort ein Befehl kommt, hey, mach mal einen Screenshot und lad den zu Discord hoch, dann prüft euer Windows Defender, eure Firewall, eure, was auch immer ihr im Einsatz habt, prüft dann erstmal nach, kenne ich das? Ist das vertrauenswürdig? Ist das vielleicht ungewöhnlich? Und kommt meistens zu dem Schluss, ach so, ja, Discord. Ja gut, ich meine, das ist ja tatsächlich zum Telefonieren gedacht. Genau da will ich ja meinen Screen eventuell teilen. Wenn ich zum Beispiel mit euch rede, dann ist das genau das, was bei Discord passiert. Und auch genau dann wird so ein Verhalten ausgelöst. Sprich, Discord hat die Erlaubnis, bei mir Screenshots zu machen und die dann euch zu zeigen. Dafür ist das Ding da. Und deswegen ist das auch überhaupt nicht sass, wenn da ein CDN von Discord kommt und sagt, hey, mach mal einen Screenshot und lad den zu mir hoch. Das ist eine Aufgabe, die eigentlich bekannt ist. Euer Antiviren-Programm oder Firewall ist dann halt relativ neuer. Okay, interessiert mich nicht. So, und genau da kommt jetzt Discomoji ins Spiel. Discomoji, deswegen, weil es Discord benutzt, weil es in Go geschrieben ist. Also, ne, das sind mehrere Bestandteile hier. Discord in Go geschrieben und alle Befehle basieren auf Emojis. Und das heißt, der Angreifer sendet wirklich einzelne Emojis in den Chat. Und das führt dann bei euch etwas aus. So, und das sieht dann folgendermaßen aus. Der Angreifer kann zum Beispiel ein Kamera-Emoji in Discord reinposten. Und bei euch wird dann ein Screenshot gemacht und zum Angreifer hochgeladen. Das hört sich relativ einfach an, aber man fragt sich trotzdem, wie genau funktioniert das Ganze. Und deswegen habe ich euch tatsächlich ein bisschen Code dabei. Das Screenshot-Beispiel ist das einfachste. Deswegen habe ich das mal als erstes genommen. Und es stellt sich heraus, dass ihr den Code wahrscheinlich sogar irgendwoher kennt. Und zwar, wenn ihr das mal so lest, ne, else if m.content ist das Kamera-Emoji, dann mach bitte einen Screenshot und lad den einfach mal hoch. So, genau dieser Code, ja, genau dieses wenn message.content gleich gleich Kamera-Emoji, haben wir zusammen in unserem Python-Tutorial für Discord-Bots benutzt. Das heißt, im Grunde genommen ist das keine Malware, die der Angreifer da ausführt. Und deswegen ist es auch so schwer für ein Virenprogramm, das zu entdecken. Das ist einfach ein ganz gewöhnlicher Discord-Bot. Das ist also, der Angreifer schleust bei euch per E-Mail einen Discord-Bot ein und bringt euch dazu, diesen Discord-Bot, den er hier geschrieben hat, zu hosten. Sprich, bei euch zu starten und er als Angreifer kann dann diesen Discord-Bot fernkontrollieren. Also, so wie ich auch einen Discord-Bot kontrollieren kann, kann der das eben auch. Nur, dass dieser Discord-Bot eben die Kapazitäten hat, Screenshots zu machen und noch ein paar andere Sachen mehr, wie zum Beispiel Dateien herunterzuladen. Das wäre dann unser nächstes Beispiel. Und im Grunde genommen, wenn man mal so drüber nachdenkt, ein Discord-Bot ist ja erstmal keine Malware. Aber mit diesen Kapazitäten, dass es eben Screenshots machen kann, wird es plötzlich zum Malware. Gleichzeitig ist es aber immer normaler geworden, für Anwendungen Screenshots zu machen oder Sachen von eurem System hochzuladen bzw. von eurem System oder vom Internet runterzuladen auf euer System. Und genau das machen wir eben auch bei Download. Wir haben hier eine ganz stinknormale Nachricht, dass wenn dieses Hand-nach-unten-Emoji kommt, dass wir dann eine Datei uns runterladen, die im Endeffekt in der Nachricht drinsteht. Da steht dann ein Download-Link von dieser Datei drin. Kann auch eine Echse sein, ist völlig egal. Die wird dann aufgemacht und wird dann heruntergeladen. Das sehen wir hier. Und, ähm, naja, wenn wir größer als 8 MB sind, dann wird das Ganze ignoriert, weil wir eben so 8 MB übersenden dürfen. Ähm, und wenn das funktioniert, dann führen wir die dann auch eventuell aus, wenn wir das wollen. Da kommen wir gleich dazu. Aber geht natürlich nur, wenn die Datei kleiner als 8 MB ist, weil das einfach das Limit ist. Und das, da sehen wir schon, das ist ein völlig normaler Vorgang, den man auch soweit erwarten würde. Wenn man das aber kombiniert mit diesem Befehl hier, dass wir auch als Angreifer bei euch auf dem Rechner Sachen ausführen dürfen, dann könnt ihr euch vorstellen, wohin das führt. Wir können im Endeffekt alles fernsteuern und auch alles Mögliche ausführen. Und ja, auch das funktioniert. Hier ist ein bisschen noch Extra-Code dabei, dass, falls das System kein Windows ist, dann machen wir das halt über Bash und genau da funktioniert das auch. Und ja, im Endeffekt ist das eigentlich echt nicht schwer. Das sind tatsächlich einzelne Befehle drin. Und falls der Befehl zu groß ist, führen wir das eben in eine, ähm, in eine Textdatei hier aus. Also, ihr seht, der Code ist sehr, sehr einfach. Das heißt, wir fassen nochmal ganz kurz zusammen. Der Trick bei diesem gesamten Command- und Control-Server ist eigentlich, ihr müsst über Social Engineering einen Discord-Bot bei eurem Ziel ausführen und habt dann dort einen gehosteten Discord-Bot, den ihr in Go geschrieben habt zum Beispiel. Da kann man natürlich noch so viele Funktionen einbauen, wie man das möchte. Aber eigentlich reichen die drei schon aus. Es gibt noch ein paar mehr. Ich packe euch auch den Link zu dem ganzen Projekt in die Beschreibung rein. Und schon habt ihr alles, was ihr braucht. Ihr führt einen Befehl über Discord aus. Discord wird als vertrauenswürdig eingestuft. Und plötzlich habt ihr schon jemanden, der allen euren Code ausführt. Tja, und was bedeutet das jetzt? Naja, im Grunde genommen sind Antiviren-Schutzprogramme dagegen ziemlich machtlos. Denn wenn ich einen Discord-Bot bei mir ausführe oder auch bei mir entwickle, dann will ich ja, dass der funktioniert. Ich kann das nicht blockieren in meinem System. Das ist eine gewünschte Aktivität. Gleichzeitig sowas wie Programme ausführen. Auch das ist Code, den ich, naja, haben möchte. Den ich teilweise auch brauche. Das ist im Endeffekt das, was auch Windows bei euch macht. Ihr habt aber gleichzeitig auch sowas wie Screenshots drin. Das ist völlig normal. OBS nimmt mich ja gerade auch auf. Und mein Bildschirm hier, ne? oder auch Zoom oder Google Meet oder Jitsi oder einfach das Screenshot-Tool von Windows. Das ist jetzt nichts Besonderes mehr. Und dadurch habt ihr eine sehr leicht zugängliche Malware, die eigentlich von niemandem mehr geblockt werden kann, außer von Discord. Discord könnte hier ein bisschen besser ihre Tools kontrollieren, die sie da als Bots wirklich zulassen. Denn Bots müssen eigentlich bei Discord überprüft werden und müssen dann auch akzeptiert werden. Das, was die können, wird überprüft. Grundsätzlich weiß man nämlich nicht unbedingt, ob ein Bot, den man zu sich auf den Server einlädt, gut oder böse ist. Und grundsätzlich weiß man auch nicht, wo das Ding eigentlich läuft. Ich hatte da in meinem Video über die Discord-Bots ein bisschen genauer drüber geredet. Das würde ich jetzt aber ein bisschen zu weit gehen. Ja, aber an sich wollte ich euch das Ganze mal vorstellen, weil es A, eine neue Art ist, das Ganze zu benutzen, einfach Malware zu benutzen. Ihr müsst dazu bei euch nicht Discord installiert haben. Das Ziel muss Discord nicht installiert haben. Nur der Angreifer fernsteuert einfach das Ziel über Discord, über einen vertrauenswürdigen Service. Und das wird immer mehr zur Norm. Das ist auch schon mit Steam passiert. Das ist auch schon mit Google Drive passiert. Und so weiter und so fort. Und ja, was will man da groß dagegen tun? Wenn ihr dagegen irgendwelche Lösungen habt, dann schreibt sie mir gerne in die ganzen Kommentare. Und ich freue mich darauf, was ihr dazu sagt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.